Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch etwas ganz Besonderes mitgebracht, und zwar eine Yoga-Routine aus dem unglaublich schönen, kraftvollen und eindrucksvollen Island. Ganz genau, aus Island. Denn hier war ich jetzt für knapp einen Monat unterwegs, auf der Suche nach den zwölf schönsten Motiven für den Yoga-Island-Kalender, an dem wir aktuell arbeiten, der die einzigartige und sagenhaft schöne Natur Islands in den Fokus rückt und mit der Ästhetik des Yogas verbindet. Der heutige Yoga-Island-Flow widmet sich ganz den Themen Kraft und Dynamik, und wir fließen durch eine lebendige und intensive Routine, die euch fordert, aber gleichzeitig auch unheimlich erdet und euch dabei unterstützt, den Fokus wieder nach innen zu lenken. Diese Yoga-Einheit richtet sich von der Intensität eher an die Mittelstufe, aber selbstverständlich seid ihr wie immer alle herzlich eingeladen mitzumachen, die Yoga-Matte auszurollen und einfach eine gute Zeit zu haben. Also, worauf wartet ihr noch? Auf die Matte, fertig, los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei! Wir beginnen im Fersensitz. Schienbein am Boden, Fußspann liegt auf, dein Gesäß ruht auf den Fersen, die Knie sind eng beieinander. Finde hier Aufrichtung, indem du deine Scheitelkrone nach oben schiebst, dein Kinn ganz minimal Richtung Brustbein senkst und deine Schultern entspannst. Leg deine starke Hand in deine schwache, schließe sanft deine Augen und schenk dir drei näherende Atemzüge, um anzukommen. Atme tief ein, spür, wie sich deine Brust hebt, atme vollständig aus, werde ganz leer. Atme tief ein, stell dir vor, du kannst noch größer, noch länger werden. Atme vollständig aus, verwurzel dich über deinen Sitz mehr in den Boden. Noch einen Atemzug, tief ein, nimm neue Energie, neue Inspiration auf und vollständig aus, lass alle Sorgen, alle Zweifellos. Wunderbar. Öffne die Augen und lass uns direkt loslegen. Stell die Hände einmal vor dir auf und komme von hier aus direkt in den Vierfüßlerstand. Die Finger sind weit aufgespreizt, die Handgelenke unter den Schultern, die Knie unter den Hüften ausgerichtet. Gern die Füße umstülpen, um die Zehen mehr zu durchbluten. Für Katze, Kuh, atme ein, komm in ein leichtes Hohlkreuz, nimm die Schultern zurück. Atme aus, runde den Rücken, saug den Nabel ein, lass den Kopf hängen. Noch dreimal so. Einatmen, öffnen, Herz heben. Ausatmen, Katzenbuckel, mach dich ganz rund. Einatmen, geführtes Hohlkreuz, Blick leicht heben. Ausatmen, ganz rund werden, schieb den Boden richtig unter dir weg. Letztes Mal. Einatmen, Hohlkreuz. Und ausatmen, in den Katzenbuckel den Nabel einsaugen. Sehr gut. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerade Rücken und die Fußrücken wieder auflegen. Von hier aus streck dein rechtes Bein lang nach hinten raus, parallel zum Boden, den Fuß flexen und die rechte Hüfte leicht absenken. Nimm den linken diagonalen Arm mit dazu, zieh dich lang nach vorn und hinten auseinander. Aktiviere dein Zentrum, zieh den Nabel ran. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung bring Knie und Ellenbogen unter dem Bauch zusammen. Noch dreimal so. Einatmen, strecken, zieh dich lang nach vorn und hinten. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammenbringen, ganz rund werden. Einstrecken, die Bauchspannung bleibt. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. Letztes Mal. Einatmen, strecken. Und ausatmen, zusammen. Achtung, nächste Einatmung wieder strecken. Und von hier aus rechtes Bein beugen und mit der linken Hand einmal von hinten den rechten Fuß oder das rechte Fußgelenk greifen. Den Fuß in die Hand schieben, Brust und Herzraum öffnen. Atme tief ein und aus. Sehr gut. Nächste Einatmung, wieder lösen, Arm und Bein strecken und mit der Ausatmung alles auf Anfang zurück in den Vierfüßlerstand. Für die andere Seite, linkes Bein lang nach hinten und oben rausstrecken, parallel zum Boden, den Fuß wieder flexen und die linke Hüfte leicht absenken, sodass beide Hüftknochen ganz gleichmäßig zum Boden ausgerichtet sind. Dann nimm den rechten Arm mit dazu, streck ihn lang nach vorn, Daumen zeigt nach oben und die Handfläche zur linken Seite. Dein Zentrum ist ganz aktiv, um deinen Rücken zu schützen. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung wollen Knie und Ellenbogen zueinander. Auch hier dreimal. Einatmen, strecken, zieh dich in die Länge. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen ganz rund werden. Ein strecken, der Bauch bleibt fest. Ausatmen, zusammen. Letztes Mal so. Einatmen, strecken. Und ausatmen, Knie und Ellenbogen wollen zusammen. Achtung, nächste Einatmung wieder strecken. Und von hier aus linkes Bein beugen. Und mit der rechten Hand einmal von hinten den linken Fuß oder das linke Fußgelenk greifen. Und den Fuß in die Hand schieben. Öffne dein Herz. Tief einatmen. Und ausatmen. Prima. Nächste Einatmung. Wieder lösen. Arm und Bein strecken. Und mit der Ausatmung alles auf Anfang zurück in den Vierfüßverstand. Um die Handgelenke zu entlasten, komm hier gerne nochmal in den Fersensitz. Dann kreis deine Handgelenke. Beweg deine Finger. Mach intuitiv die Bewegung, die sich jetzt für dich gut anfühlt. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Stülp die Füße um. Und schieb dich in den herabschauenden Hund. Spreiz die Finger weit auf. Schieb dein Gewicht von den Händen nach hinten und oben weg. Kreiere wirklich diese unglaubliche Länge in der gesamten Rückseite deines Körpers. Und dann kurbel deinen bewussten Atem wieder an. Verbinde dich mit deiner Atmung. Achtung. Mit der nächsten Einatmung roll nach vorn. Schiefe Ebene. Mit der Ausatmung senk über die Knie am Boden ab. Ellenbogen eng. Ein. Roll die Schultern zurück. Hebe den Oberkörper für die kleine Kobra. Ausatmen. Leg mit Länge nach vorne ab. Stirn zum Boden. Nächste Einatmung. Schieb dich Richtung Fersen. Stülp die Füße um. Und mit der Ausatmung streck die Beine. Herabschauender Hund. Einatmen hier. Ausatmen. Komm an den Anfang deiner Matte. Ein halbe Vorbeuge. langer Rücken. Aus. Ganze Vorbeuge. Kopf und Schultern hängen lassen. Nächste Einatmung. Nächste Einatmung. Richte dich auf. Arme über die Seiten heben. Und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Berghaltung. Tadasana. Sehr gut. Von hier aus bring die Füße einmal eng zusammen, sodass sich deine Großzehenballen berühren. Dann atme ein. Beug die Beine und heb die Arme für den Stuhl. Utkatasana. Und dann setz dich hier richtig tief. Verlagere dein Gewicht eher nach hinten auf die Fersen, sodass Ballen und Zehenspitzen kaum noch Gewicht tragen. Oberarme sind neben den Ohren. Die Schultern sind entspannt und der Blick geht geradeaus nach vorn. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Ein. Spür nochmal in die Länge deiner Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung dreh dich genau aus dieser Länge heraus auf zur rechten Seite in den Stuhl-Twist. Bring den linken Ellenbogen übers rechte Knie. Deine Beine bleiben tief gebeugt und dein linkes Knie tendenziell etwas mehr zurücknehmen. Die Handflächen möglichst mittig vom Brustbein ausrichten. Finde Ruhe und Gelassenheit. Mit der nächsten Einatmung kommt zurück zur Mitte. Arme heben. Und mit der Ausatmung ganze Vorbeuge auflösen. Ein, halbe und aus nochmal ganze Vorbeuge. Achtung, nächste Einatmung. Wieder die Beine beugen, die Arme heben, Stuhl. Ausatmung, Hände vors Herz. Einatmen hier. Und aus, Stuhl-Twist zur linken Seite. Rechten Ellenbogen übers linke Knie. Und gern die Beine wieder ein Stückchen tiefer beugen und das rechte Knie etwas mehr zurücknehmen, sodass beide Knie parallel zur kurzen Mattenkante ausgerichtet sind. Sehr gut. Entkrampf die Zehen. Entspann den Kiefer. Entspann die Stirn. Atme tief und gleichmäßig. Mit der nächsten Einatmung kommt zurück zur Mitte. Arme heben. Und mit der Ausatmung löse auf ganze Vorbeuge. Den Schritt hier gern ein bisschen größer, ein bisschen breiter machen. Ungefähr hüftbreit. Und wenn der untere Rücken okay ist, dann die gegenüberliegenden Ellenbogen greifen, von links nach rechts, von vorne nach hinten schaukeln. Oder wer mehr will, die Hände hinter dem Rücken verschränken und nach vorne über den Kopf ziehen. Gewicht in beiden Varianten tendenziell etwas mehr nach vorne in die Ballen bringen und die Sitzbeinhöcker nach oben Richtung Himmel schieben. Sehr gut. Dann das Ganze allmählich wieder auflösen. Hände zum Boden bringen. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Mach den Rücken ganz lang. Und ausatmen. Trete zurück in die schiefe Ebene Yoga Liegestütz. Einatmen hier. Und aus. Über die Knie oder über den Liegestütz ablegen. Ein. Kleine Kobra. Roll die Schultern zurück. Und Achtung. Mit der Ausatmung schieb dich direkt zurück in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Atme tief durch die Nase ein. Und lösen durch den geöffneten Mund aus. Nochmal so tief ein. Und aus. Wunderbar. Nächste Einatmung. Rechtes Bein heben. Ausatmen. Rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Rechtes Knie über dem rechten Sprunggelenk ausgerichtet. Linke Ferse gehoben. Nächste Einatmung. Richte dich auf. Arme über die Seiten heben. Und ausatmen. Setz dich tief in dein Krieger 1 Variante. Nimm die rechte Hüfte etwas mehr zurück. Die linke nach vorn. Und zieh die Schultern weit weg von den Ohren. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung öffne dich zur rechten Seite. Rechter Arm zieht nach hinten. Linker nach vorn. Die Arme sind jetzt parallel zum Boden ausgerichtet. Noch dreimal so dynamisch. Einatmen. Arme heben. Blick nach vorn. Ausatmen. Zur rechten Seite öffnen. Arme parallel zum Boden. Ein. Arme heben. Blick nach vorn. Krieger 1. Ausatmen. Öffnen nach rechts. Letztes Mal so. Ein. Arme heben. Blick nach vorn. Und aus. Zur rechten Seite öffnen. Achtung. Hier bleiben. Linke Handfläche zeigt nach oben. Mit der Einatmung zieh dich lang nach vorn. Und mit der Ausatmung lehn dich zurück in den gedrehten Reverse Warrior. Der linke Arm zieht nach hinten. Die rechte Hand liegt entspannt auf dem linken Oberschenkel. Tief ein. Tief ein. Und ausatmen. Vorderes Bein bleibt tief gebeugt. Nächste Einatmung. Beide Arme. wieder senkrecht nach oben. Blick nach vorne. Und ausatmen. ausatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Senk ab. Senk ab. Und aus. in den herabschauenden Hund. In den herabschauenden Hund. in den herabschauenden Hund. Arme parallel zum Boden ausgerichtet. Dreimal dynamisch. Synchron zum Atem. Ein. Arme heben. Blick nach vorn. Aus. Öffnen nach links. Ein. Arme heben. Schau nach vorn. Schultern tief. Aus. Öffnen nach links. Arme parallel zum Boden. Letztes Mal. Ein. Ein. Arme heben. Und aus. Öffnen nach links. Achtung. Dreh die rechte Handfläche nach oben. Zieh dich mit der Einatmung lang nach vorn. Und mit der Ausatmung lehn dich zurück in deinen gedrehten Reverse Warrior. Ohne auch nur irgendetwas an deiner Beinstellung zu verändern. Der rechte Arm zieht zurück. Die linke Hand liegt entspannt auf deinem rechten Oberschenkel auf. Spüre die intensive Dehnung in deiner rechten Flanke und deinem rechten Hüftbeuger. Nächste Einatmung. Die Arme wieder heben. Blick nach vorn. Krieger 1. Und mit der Ausatmung bringe die Hände zum Boden und trete in deinen dreibeinigen Hund und linkes Bein in der Luft. Dreibeiniges Vinyasa. Ganz kraftvoll. Ganz sauber. Ein. Roll nach vorn. Schiefe Ebene. Linkes Bein in der Luft. Aus. Senk ab. Ganz oder halb in Chaturanga Dandasana. Ein. Deine Rückbeuge. Kobra oder Up Dog. Und aus. In den Down Dog. In den herabschauenden Hund. Wundervoll. Atme tief ein. Und aus. Und dann mach deinen herabschauenden Hund hier etwas enger. Also wandere mit deinen Füßen etwa einen Schritt zu dir ran und stell die Füße mattenbreit auf. Richtig schön breit auseinander. Und dann greife mit deiner rechten Hand deine linke Wade und zieh dich zur linken Seite ran. Schau nach links durch. Verweile für einen ganz tiefen Atemzug. Ein. Und aus. Und dann wechsel die Seiten. Stell die rechte Hand wieder nach vorne auf und greife mit deiner linken Hand deine rechte Wade. Zieh dich zur rechten Seite und öffne dich Richtung rechte Achselhöhle. Auch hier einmal tief einatmen. Und ausatmen. Genieß die Dehnung in deinen Beinrückseiten. Dann löst das Ganze wieder auf. Stell die linke Hand nach vorn. Wandere mit deinen Händen zu deinen Füßen. Lass die Zehen leicht nach außen zeigen. Beug die Beine und komm in deinen tiefen Yogi Squat. Malasana. Wenn die Fersen den Boden nicht berühren können, dann leg einfach eine gerollte Decke unter die Fersen oder roll die Matte etwas ein, dass du die Fersen etwas höher aufsetzen kannst. Dann bring die Handflächen aufeinander und schieb mit deinen Oberarmen deine Knie nach außen, während du zeitgleich den Druck mit deinen Knien an deine Oberarme zurückgibst. Kreiere Druck und Gegendruck und bestimme durch diese Intensität die Öffnung deiner Leisten. Dann stell deine linke Hand vor deinen linken Fuß auf, heb den rechten Arm Richtung Himmel und öffne dich hier einmal großzügig zur rechten Seite. Achte weiterhin darauf, dass beide Knie nach außen streben. Dann wechsel die Seiten, stell die rechte Hand vor deinen rechten Fuß, heb den linken Arm und öffne dich zur linken Seite. Und dann dehne deinen Atem hier richtig aus, um dir ganz viel Freiraum, ganz viel Weite zu schaffen. Im Außen und dadurch auch in deinem Inneren. dann löse auch hier wieder auf, komm ins Sitzen, wandere etwas weiter runter auf deiner Matte, greife unter deine Kniekehlen und dann roll Wirbel für Wirbel ganz langsam in Rückenlage, die Beine. Winkel die Beine an, umarm dich und mach Kreise über deinen unteren Rücken. Erst in die eine Richtung, dann in die andere, ganz achtsam in deinem eigenen Tempo, ganz entspannt. Dann pendel dich langsam wieder ein und für die Schulterbrücke stell deine Füße hüftbreit auf und wandere mit deinen Füßen so nah Richtung Gesäß, dass du mit deinen Mittelfingern fast deine Fersen berühren kannst. Mit der nächsten Einatmung roll dein Becken Wirbel für Wirbel nach oben, verschränk die Hände ineinander und ruckel die Schultern so ein kleines Stückchen mehr zueinander. Schieb deine Hände und Arme kraftvoll in den Boden, um dein Becken daraus noch mehr zu heben. Wenn du hier nach mehr Entspannung und Entlastung für den unteren Rücken suchst, dann lasse alternativ dein Gesäß einfach am Boden, stell die Füße mattenbreit auf und lass die Knie ickzig zueinander fallen. Wenn du mit mir in der Schulterbrücke bist, dann achte darauf, dass deine Knie ganz gerade über deinen Fußgelenken ausgerichtet sind und nicht nach innen oder außen fallen. und dann schick mit jeder Einatmung dein Becken ein kleines Stückchen höher und mit der Ausatmung stell dir vor, deine Knie können nach vorn über deine Zehenspitzen ziehen, um so Länge in deinem Rücken zu kreieren. Mit der Einatmung bild dein Brustbein Richtung Kinn und mit der Ausatmung zieh den Nabel sanft Richtung Wirbelsäule ran. Lass die Augen gern geschlossen und die Gesichtszüge ganz weich werden. Noch einen letzten Atemzug hier. Und dann komm auf die Zehenspitzen, löse die Verschränkung und roll ganz langsam wie eine Feder im Wind dein Körper, dein Gesäß wieder am Boden ab. Und streck die Beine mal aus, zieh die Arme lang nach hinten über den Kopf, zieh dich in die Länge. Atme mal tief ein, halte die Spannung und mit der Ausatmung lass los. Sehr gut. Für unsere abschließende Drehung zieh nun dein rechtes Knie zu dir ran. streck deinen rechten Arm zur rechten Seite aus und führe mit deiner linken Hand dein rechtes Knie rüber nach links. Sollte es unangenehm oder zu intensiv im unteren Rücken sein, gern polstere dein rechtes Knie aus, zum Beispiel mit einem Kissen oder einer Decke oder winkel beide Beine an. Und dann lass deine Augen unbedingt geschlossen und schenk dir hier ein paar ganz tiefe Atemzüge zum Entspannen und Loslassen. Du musst nichts weiter tun, einfach nur gut sein lassen. Du bist genau da, wo du sein sollst. Entspann den Kiefer, lass die Wangen und die Stirn ganz weich werden. Entspann die Finger, entspann die Zehen. Noch ein Atemzug hier. Und dann wechsel sanft die Seiten. Komm zur Mitte. Streck dein rechtes Bein aus, zieh dein linkes Knie zu dir ran. Bring den linken Arm zur linken Seite. Und führe mit deiner rechten Hand dein linkes Knie rüber nach rechts. Optional linkes Knie auspolstern oder beide Beine anwinkeln. Der Blick geht nach oben oder zur linken Seite. Die Augen geschlossen. Ganz egal was war und ganz egal was kommen wird, erlaube dir jetzt voll und ganz mit deiner hundertprozentigen Aufmerksamkeit und Präsenz hier zu sein. Einfach zu sein. Genieß die Ruhe. Genieß die Stille. Ganz unabhängig davon was gerade um dich herum passiert. Die Stille ist immer da. In dir. Noch ein Atemzug hier. Ganz für dich. Und dann komm langsam zurück zur Mitte und finde deinen Weg in die liegende Schlussentspannung. Gerne deck dich zu oder zieh dir was warmes über. Und dann genieße die Ruhe und die Unendlichkeit von Shavasana. Schavasana. Schavasana. Sch expenditures. Sch sprinkle, sch Austausch. that is aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bewege die Finger, kreis die Handgelenke, bewege die Füße, die Zehen, kreis die Fußgelenke Mach jetzt die Bewegung, die du brauchst, um wieder zurückzukommen Bring die Arme lang nach hinten über den Kopf, streck und räkel dich gern Und wenn du so weit bist, dann finde über eine Seite ins Sitzen Komm in den Schneidersitz Bring die Hände vors Herz Daumen berühne dein Brustbein, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen Senk den Blick Verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis Und dann zieh die Mundwinkel nach oben Und schenk dir ein Lächeln Ein ganz ernst gemeintes, ein ganz liebevolles Lächeln Und nimm die neu gewonnene Energie So wie deine innere Ruhe mit in den Tag Der dir bevorsteht Vielen Dank für dein Vertrauen Vielen Dank, dass du dabei warst Bis zum nächsten Mal Namaste Vielen Dank, dass du dabei warst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal